Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Kanal zum Sonoff Zigbee USB 3.0 irgendwas Dongle, wie auch immer der genau heißt. Zudem hatte ich ja schon mal ein anderes Video gemacht und den ausführlich vorgestellt. Und der Stick ist auch bis heute meine Empfehlung, wenn du dich mit dem Thema Zigbee beschäftigen möchtest, sei es mit Zigbee2MQTT, Home Assistant, IO Broker mit dem Zigbee Adapter, wie ich das verwende, oder was auch immer es an Software da draußen noch gibt. Der Stick kommt ja zu dir direkt fertig geflasht mit der Firmware, aber was ist denn, wenn du die Firmware aktualisieren möchtest? Das haben viele in den Kommentaren unter dem letzten Video zu dem Stick gefragt und das werden wir jetzt eben gemeinsam in diesem Video machen. Aber ohne den Stick irgendwie an einen Windows-PC anschließen zu müssen oder irgendwas anderes, wir lassen den an dem Raspberry Pi stecken und aktualisieren die Firmware über ein kleines Python-Skript direkt auf der Kommandozeile. Klingt kompliziert, ist aber relativ einfach und finde ich sehr viel praktischer, als wenn ich jetzt irgendwie noch einen Windows-PC organisieren muss, um den Sonoff-Stick zu aktualisieren. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video und dann flashen wir gemeinsam die aktuellste Firmware auf meinen Stick. Bevor wir mit dem Update-Prozess starten, möchte ich dir nochmal ganz kurz meine IO Broker-Installation zeigen. Das hier ist übrigens die Installation aus dem IO Broker Masterkurs. Da habe ich erklärt, wie ich das alles aufgebaut habe und hier unten siehst du auch, aktuell nutze ich den SIGPY-Coordinator mit der Firmware-Version 2021 0708. Damit wurde der bei mir ausgeliefert, ich habe also noch kein Update durchgeführt und das möchte ich jetzt ganz gerne machen. Bevor ich aber ein Update machen kann oder darf, muss ich die Ressource, also den Stick, erstmal freigeben. Das heißt, in meinem Fall muss ich den Adapter stoppen, beziehungsweise die Adapter-Instanz, damit diese eben nicht mehr auf die Hardware zugreift. Ja und jetzt kann ich eben damit anfangen und ein Update aufspielen. Die Firmware dafür finden wir ja in diesem Repository hier auf GitHub. Z-Stack-Firmware habe ich schon mal ausführlich im letzten Video gezeigt und hier brauchen wir einen Koordinator, Z-Stack 3x0-Bin. Da bin ich schon drin, die Links packe ich dir auch unter dieses Video. Und hier hatte man ja eine Tabelle, nochmal zur Wiederholung, wo man die ganzen verschiedenen Koordinator- bzw. Hardware-Interfaces findet. Und hier finden wir dann den Sonoff Zigbee 3.0-USB-Dongle, für den möchte ich ein Update durchführen und für den brauche ich diese Datei. Und die finden wir eben hier ganz oben. Die muss ich also gleich herunterladen, aber natürlich nicht hier auf meinem Mac oder auf meinem PC, sondern auf dem Raspberry Pi, auf welchem ich das Update durchführe. Das machen wir jetzt als nächstes. Das heißt, ich werde jetzt das Ganze erstmal vorbereiten für das Update und dann führen wir das Schritt für Schritt durch. Ich bin jetzt hier also auf meinem Raspberry Pi per SSH eingeloggt. An diesem Raspberry Pi ist natürlich auch der Sonoff Zigbee Stick eingesteckt. Sehe ich auch, wenn ich ls-USB tippe bzw. dev und dann Serial by ID anschaue. Dann sehen wir, hier finde ich den Stick. Diesen Pfad brauchen wir gleich natürlich auch, um die neue Firmware aufzuspielen. Als nächstes brauchen wir Python auf dem System. Und wenn ich einfach mal Python-Version ausführe, dann sehen wir, aktuell ist die Version 3.9.2 installiert. 2.7 ist ja schon lange end of life, bitte nicht mehr benutzen. Sollte das noch der Fall bei dir sein, schau mal in den Blogbeitrag, den ich dir unter diesem Video verlinke. Da habe ich ein paar Zeilen dazu geschrieben, soll aber nicht Bestandteil von diesem Video sein. Ja und dann brauchen wir noch ein paar Pakete, die wir mit pip installieren. Also den Paketmanager von Python, den habe ich jetzt noch nicht installiert. Das hole ich einfach mal direkt nach mit sudo apt install python 3 pip und dann läuft das kurz durch. Und danach sollte der Befehl pip auch nutzbar sein. Mit minus minus Version sehe ich, ich habe die Version 20.3.4 bekommen für Python 3.9. Perfekt. Als nächstes brauchen wir noch die Software, welche dann das Firmware-Update auf dem Stick durchführt. Die Firmware brauchen wir natürlich auch noch, aber erstmal klone ich jetzt dieses Repository hier von GitHub. Dafür brauche ich natürlich Git auf dem System, habe ich schon installiert. Falls du das noch nicht hast, kannst du das mit sudo apt install git nachholen. Und dann kannst du eben ein Git-Clone durchführen. Dann holt er die Daten von GitHub und wenn das fertig ist, dann kann ich in das Verzeichnis wechseln. Und hier installiere ich jetzt erstmal noch ein paar Abhängigkeiten und zwar mit pip, haben wir ja schon installiert. Da habe ich wheel, pi-serial, intel-hex, python-magic und so weiter. Und dann führe ich auch nochmal die Setup-Pi durch. Die installiert mir komischerweise nicht alle Abhängigkeiten. Einfach mit pip install. für das aktuelle Verzeichnis. Dann wird aus dem aktuellen Verzeichnis die Setup-Pi gelesen und das Ganze installiert. Ja und du siehst, die ganzen Abhängigkeiten habe ich jetzt hier schon satisfied. Also die hatten wir ja gerade manuell installiert. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir die Firmware-Datei. Da hatten wir ja schon rausbekommen, dass ich aus dem ZStack Firmware-Repository diese Launchpad hier brauche. Da klicke ich drauf. Und bei Download mache ich einen Rechtsklick und kopiere mir den Link dorthin. Und dann kann ich einfach das Ganze mit wget zum Beispiel herunterladen, drücke Enter und habe jetzt die ZIP-Datei auf meinem Raspberry Pi. Die muss ich noch entpacken. Einfach mit unzip und dann cc irgendwas. Und jetzt habe ich hier diese Hex-Datei mit daneben liegen. So sieht das aus. Die ZIP-Datei könnte ich natürlich jetzt löschen. Einfach mit erm. Und jetzt habe ich diese Dateien in dieser Struktur in meinem Verzeichnis. Und diese Hex-Datei hier, die will ich jetzt natürlich flashen und zwar auf meinen Sonoff-Stick. Dafür brauchen wir natürlich das Ziel, hatten wir ja schon rausbekommen, mit ls-la devserial by id. Und das ist jetzt der komplette Fahrt. Einmal das hier und dann noch das hier alles. Genauso kannst du natürlich dev und dann hier hinten das nehmen. TTY USB 0 würde genauso funktionieren. Ja und daraus baue ich mir jetzt diesen Befehl hier zusammen. Python, dann das Script, welches ja hier liegt. Dieses hier. Dann mit "-p", gebe ich den Port an. Den haben wir ja gerade rausgefunden. Devserial by id. Und dann der lange Fahrt hier. Dann noch "-e", "-v", "-w". Und jetzt haben wir hier Bootloader, Sonoff, USB. Wenn wir das angeben, brauchen wir den Button auf dem Sonoff nicht mehr drücken, auf dem USB-Stick. Dann müsste man das Gehäuse für aufmachen und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Und zu guter Letzt gebe ich hier noch die Hex-Datei an, die wir ja gerade heruntergeladen und entpackt haben. Wir haben also alles vorbereitet. Im Endeffekt muss ich nur noch Enter drücken. Und dann wird hoffentlich auf meinen Sonoff-Sigbee-USB-Stick dann diese neueste Firmware geflasht. Wie du siehst, es wird geschrieben. Scheinbar funktioniert das also. Verified. Wunderbar. Und ich würde sagen, das hat alles geklappt. Wie gesagt, diese ganzen Befehle findest du natürlich auf der GitHub-Seite von den Repositories als auch in meinem Blog-Beitrag, den ich dir unter diesem Video verlinke. Ja, und da jetzt ja die Firmware aktualisiert wurde, können wir die Applikation, die den Stick verwendet, wieder starten. In meinem Fall ist das ja der IO-Broker mit dem Zigbee-Adapter. Du kannst jetzt dein Zigbee-to-MQTT oder was auch immer du verwendest wieder starten. Ich starte jetzt hier meine Instanz. Das kann einen Moment dauern, bis dann die Verbindung wieder aufgebaut wird. Das ging jetzt relativ schnell in meinem Fall. Ich gehe mal hier auf die Zigbee-Übersicht und hier unten finde ich jetzt den Coordinator nach wie vor, aber mit der aktuellsten Firmware-Revision, die mir hier auch angezeigt wird. Also hat wunderbar funktioniert. Ich habe diesen Fensterkontakt hier links zum Test auch vor mir auf dem Tisch liegen. Wenn ich den aufmache, dann ist der offen, ist open, ist dann angehakt und wenn ich ihn wieder schließe, ändert sich das. Das heißt, es funktioniert alles. Meine Gerätedatenbank bleibt erhalten. Die liegt ja auch nicht mit auf dem Stick. Also alles wunderbar funktioniert. Ich kann jetzt also mit der neuesten Revision mit meinem Zigbee-Coordinator weiterarbeiten. Ja und damit kommen wir auch erstmal wieder zum Ende von diesem Video. Wie du gesehen hast, es ist relativ einfach, wenn man die Schritte einfach durchgeht und dann hat man das in wenigen Minuten erledigt. Und wenn das vorbereitet ist, dann kann man jetzt auch das Ganze so liegen lassen. Immer wieder die aktuellste Firmware herunterladen, entpacken und dann wieder flashen. Wobei ich das eh nicht regelmäßig mache. Ich mache das jetzt alle drei bis sechs Monate. Da schaue ich mal, ob es eine neue Firmware gibt und dann flash ich die darauf. Und wie du gesehen hast, du brauchst keine Angst zu haben. Deine Geräte gehen nicht verloren. Die Datenbank liegt ja nicht mit auf dem Stick direkt, sondern eben auf deiner Festplatte. Deswegen kannst du die Firmware einfach so aktualisieren. Ist das notwendig? Ja, weiß ich nicht. Schaden wird es auf jeden Fall nicht. Deswegen jetzt hier der Prozess. Ich finde das, wie gesagt, sehr praktisch. Und man muss dann nicht irgendwie mit Uni-Flash oder wie die Tools alle heißen, am PC dann eben rumhantieren. Das dazu installieren, dann will das wieder ein Update oder was auch immer. Das geht so deutlich einfacher. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Ganze gefallen oder weitergeholfen hat. Und dann werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.